Ich lerne Deutsch. Nummer 14.950 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln? Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln. Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln? Wir wollen diesen Sommer heiraten. Wir haben aber noch keinen festen Termin. Wir wollen diesen Sommer heiraten. Wir haben aber noch keinen festen Termin. Wir wollen diesen Sommer heiraten. Wir haben aber noch keinen festen Termin. Die Chemie hilft uns zu verstehen, wie Atome und Moleküle miteinander interagieren. Die Chemie hilft uns zu verstehen, wie Atome und Moleküle miteinander interagieren. Die Chemie hilft uns zu verstehen, wie Atome und Moleküle miteinander interagieren. Unsere Kundenservice-Prozesse wurden optimiert, um die Zufriedenheit der Kunden zu steigern. Unsere Kundenservice-Prozesse wurden optimiert, um die Zufriedenheit der Kunden zu steigern. Betont, dass Verbesserungen im Kundenservice vorgenommen wurden, um eine bessere Betreuung und höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen. Ausdauer beim Erlernen einer neuen Sprachezeitsprache Hast du diese Plastikflaschen unter den Büschen gefunden? Hast du diese Plastikflaschen unter den Büschen gefunden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.